Die elektronische Schülerzeitung Vorurteile. Also hauptsächlich denke ich, dass Mädchen nicht so gut, also zum Beispiel beim Fußball, dass Mädchen nicht so gut Fußball spielen können wie Männer. Das hängt vielleicht einfach daran, dass sie körperlich nicht so sind wie Männer. Ich meine, zwischen Frauen und Männern gibt es halt Unterschiede. Und trotzdem können sie genau die gleiche gute Technik haben wie manch andere. Und deswegen finde ich Vorurteile, dass Mädchen einfach schwächer sind und sowas, also finde ich nicht gut. Also zum Beispiel, wenn ein Mensch spielt, dann sind sie eigentlich respektvoll. Das habe ich gesehen, aber es gibt einige Mannschaften, die sehr wichtig sind. Ich finde, Frauen und Männer sollten gleich behandelt werden. Ich habe das jetzt schon beim Handball gesehen, dass einfach die Jungs mehr gesponsert wurden, mehr Geld bekommen haben für ihre Leistungen. Mädchen und Mädchen halt eher weniger. Und das finde ich einfach ziemlich schade, dass das nicht so ist. Ich denke, mein Lieblingsspot ist, es ist nicht mein Lieblingsspot, aber ich denke, es ist ein extremes Hobby. Es fühlt mich an, wie ich bin. Digger, die elektronische Schülerzeitung. Wenn gesund, irgendwelche menschen, masuche ein sehr wichtiges catches, weil ich dasığım something ist. Bis zum nächsten Mal.